Ja, da komme ich nicht durch, leider. Leider kann man da nicht durchschießen. Ja, wo blickst du denn, Kollege? Hallihallo, hallo, junger Mann. Sie sind rausgeflogen, habe ich mitbekommen. Ach komm, selbstmod. Ich habe mir gerade ein Tutorial angeguckt, aber der erklärt, was war, aber das gibt es gar nicht mehr, diese Funktion. Ja, das kann man auch mal jetzt ein anderes Mal besprechen. Auf jeden Fall, wir haben das so eingestellt gehabt. Naja, da vorne ist der Level 9er, den mache ich nicht platt, das ist ehrenlos. Ich will, dass der Typ da wieder rauskommt. Wo sind die überhaupt hinten? Da. Der Max B. Oder was ist der andere? Genell, Junge. Ich vergesse einen Junge. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Putz in den Armen, Samarco. 49, ne, den mache ich auch nicht platt. Ach komm, ist mir doch jetzt egal, ich mache jetzt alle platt. Oder? Ne, ich bin lieb, wir hatten Weihnachten, bald haben wir Silvester. Aber mir juckt es an den Fingern, den nochmal zu töten, kennt ihr das? Ja, ja, ne. Die One-Amter-Army-Hat, aber kein Mitleid mit anderen, ne. 100 muss ich erreichen. Für Turbo. No surfing. Level 100 für Turbo. Da, oder nicht? Wee. Was soll die Atemaskung? Was soll die Atemaskung? Da habe ich noch. So, ein bisschen getunt. Oh, da läuft der Lied. Da ist es ja im Passivmodus. Schade, ich würde mir so ein bisschen abstechen. Welches Lied denn? Äh, wie heißt denn das? Cooler than me? Hm? Schiechie, habe ich lange nicht mal gehört. Können wir ja am Sonntag hören. Oh, ja. So, das denn? Boah, am liebsten würde ich jetzt bei diesem Lied so ein bisschen aufdrehen. Ey. Ja. Ich habe mein Auto frisch repariert, du A. Mano. Wer war das? Ein blöder Autofahrer. Er hat Unfall gebaut. Ein NPC, du, ein anderes Spieler. Eugen hat das Spiel verlassen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kanal. Kanal frontal. Oh. Super. Auto frisch lackiert, frisch repariert und überall Unfälle. Wir können alle kein Auto fahren. Äh, ja. Wie geht an den Autofahrern und nicht an dir, ne? Ja. Ja, ja. Ich fahre ganz normal. Die bauen hier Unfälle. Ja. Mann. Nein, 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 nein. Ja, umfahren. Ist der Marcel eigentlich wieder da? Keine Ahnung. Ah, okay. Weil du so leise bist. Ja, ich bin das am Suchen am Suchen, aber... Na ja. Naja. Bin nicht. Egal. Mach das morgen. Oh, ich bin zick. Oder übermorgen. Oh, nicht. Marcel, ich möchte das gerne starten. Oh. Ja. 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 Ich schick dann jetzt schon mal Einladung. Ja, ich zieh mich erst mal um. Ich meine, das ist wie so ein Heckenfeller. Ach, ich muss meinen auch noch umziehen. Ich war im Passivmodus, seit wann? Ich benutze ich nur, wenn ich AFK bin. Ich war ja nicht mehr AFK und ich war auch nicht im Passiv. Ja, vielleicht beim letzten Mal. Hat er automatisch gespeichert. Kann sein. Ah. Ich bin echt. Ich bin echt. Ja, habt ihr das gesehen? Kurve. Ja. So. Ich muss mal was Neues holen hier, ne? Ja, ich gucke auch mal, was so alles im Knarottenladen gibt. Ist überhaupt hier einer? Ja. Oh. Man sollte ja auch auf die Straße gucken, wenn man fährt, ne? Ich kann nicht parken. Oh, schrott. Nicht parken? Nein, ich kann nicht parken. Oh. Hi. Oh, hi. Aha. Aha. Geschäftlich. Sieht doof aus. Hipster. Oh. 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 So hipstermäßig. Oh. Fliegeranzüge. Oh. Oh, das sieht noch besser aus. Nein. 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 Ja, schau rein, ich kann anfangen. Nein. Ich gehe gleich auch. Nein. Nein. Boah, das sieht alles so doof aus. Ich denke schon längst am Fenster. Ja, aber da streut es. Am Fenster? Ach, muss ich mir dann halt so gucken. Äh, da, so. Motorradwesten, was gibt's nice. Ey, sag mal hier nicht so nackig hier. Oder? Frau allein. Sollen wir mal allein auf elegant machen? Elegant? Hm. Das heißt elegant. Inwiefern? Ja, so anzugmäßig oder, keine Ahnung. Anzugmäßig. Muss ich mal gucken, was bei ihr so gut aussieht. Ähm. Ähm. Überzieher. Oh, ich will mal ganz kurz Hülsen holen. Nein. Donned, donned. jetzt. Sogar Pyjama als Weihnachtsanzug, ne? Oh. Bekloppt. Geil. Mal gucken, was bei ihr so Schönes gibt. Muss ich grad mal gucken, wo das ist. Händen. Oh, das sieht alles so scheiße aus. Nix so schön enges oder so, ne? Hauptsache, Mann. Oh. Oh. Du bist, ähm. Ja. Oh. Gorillas. Du, du, du. Feels gut, Inc. Habt auch schon lange geschmeckt. Oh, es gehen die mir alle auf dem Sack wegen NomenSky. Mann, du. Haha. Nein. 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 Sieht auch alles doof aus. Oh, ich geh in Bikini. Nein, Spaß. Ich such' gerade... Oh. Du bist hier. Mhm. Ich such' gerade... Du bist hier. Mhm. Start des Events. Was läuft denn jetzt? Find dein Auto und bereite dich auf die Herausforderung Rückwärtsfahrt vor. Ah. Ah, was mache ich denn da? Ein Kleider. Sieht alles doof aus. Alles Samt. Nein, so. Sack aus. Oh. Oh. Oh, nix schönes irgendwie. Oh, doch. Das sah gut aus. Oh, okay. Ich muss mal das. Ja. Äh. Äh. Russki da. Äh. Da. Da. Ich fahre jetzt vier Minuten rückwärts. Geh. On the beach. Schon mal eine dieser komischen Herausforderung. Nein, das such' ich nicht. Anzugswesten. Nein. 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 Kein Radio. Nein. Ich höre aber die ganze Zeit hier Radio. Und jetzt? Nein. Das geht doch nicht. Nichts. Spitzer. Tops. Oh. I'm sorry. I thought... Ah. Ich suche grad die blöden Tops, ey. Nein. Nein. Okay. Vielen Dank.